servus leute ja der cw 400 gänse daunen winterschlafsack von nature hike taugt er für den winter ich habe ihn für euch getestet draußen bleibt es dran den schlafsack den habe ich bei der firma obai gesehen und bin dann aufmerksam drauf geworden weil als gänse daunen ultraleicht winterschlafsack habe ich mir gedacht den schaue ich mir mal genauer und unten in der video beschreibung möchte ich dazu sagen ist ein rabattcode drin und der link zu obai beziehungsweise auch zu dem schlafsack wenn ihr interesse haben solltet das ist der schlafsack außen schwarz finde ich gut innen drin blau also von von der farbe her kann man jetzt nicht meckern fühlt sich fluffig gemütlich an also vom material her die außenhülle besteht aus wasserabweisenden d20 nylon material der reißverschluss geht ganz gut also relativ weich manchmal hakelt sich halt dann das material ein bisschen ein aber das ist ja fast bei jedem schlafsack so oben gibt es dann noch zum fixieren beziehungsweise damit es nicht immer wieder aufgeht einen ein klettband ein klettverschluss und hier kann man dann sehen ist so ein gummizug für die kapuze zum zusammenschnüren so sieht das ganze aus ja der schlafsack der wird ja beworben als winterschlafsack bis maximal minus 11 grad komfortzone 5 grad mir ging es jetzt hauptsächlich um den winter damit man leicht unterwegs ist und ich war draußen ja es waren so sechs grad circa nachts ist dann auf null bis drei grad gegangen ich habe das draußen wirklich getestet mit einer nacht bei dem ist noch in dem packsack dabei ist noch so ein aufbewahrungsnetz dann kann man den rein stopfen ist ein bisschen lockerer vom vom aufbewahren kriegt er auch luft und so weiter kann eventuell auch trocknen wenn was ist wie habe ich den schlafsack getestet es waren null bis drei grad abends in der nacht und ich hatte an us army level 2 unterwäsche ohne level 1 darüber meine ganz normale wanderhose und also outdoor hose und zwei paar socken also dünnere socken und ein paar dickere wollsocken dann hatte ich oberteil war eben wie gesagt level 2 und so bin ich auch in schlafsack gegangen mit t shirt und level 2 also das iso matte hatte ich die expert ul und eine thermarest satellite wie war das schlafen für mich draußen bei null bis drei grad am anfang hatte ich kalte füße die waren nach zehn minuten dann geschichte sind aber später zu späteren zeitpunkt wieder etwas ausgekühlt also das ist für mich schon so ein zeichen dass es nicht hundertprozentig ist und ja in der nacht ich bin da ein bisschen eingeschlafen irgendwann in der nacht um drei vier uhr da war es mir dann doch sehr kühl da habe ich da eine fließjacke angezogen auch us army unterwäsche es gibt zudem noch ein komplettes übernachtungsvideo da also mit kochen und kleinen hobo feuerchen und tab und so weiter da zeige ich das auch noch mal sehr genau wie ich da übernachtet habe mit fließjacke hat es dann ganz gut funktioniert und ich habe durchgehalten aber es war immer so dass man sich schon ordentlich zu machen musste da oben am kopf also am hals weil er kein wärmekragen hat schade finde ich das eigentlich warum gibt es nicht einfach ein wärmekragen den man vielleicht mit klettverschluss dazu machen kann wie man das möchte und wenn man halt daneben wärmer hat dann einfach den klett mit klett wieder raus nimmt den wärmekragen weil ohne wärmekragen das sieht man bei anderen schlafsäcken ist es einfach immer ein bisschen kälter weil die ganze wärme ja doch oben raus geht da muss man sehr zuziehen mit der kapuze ich bin aber jemand der jetzt an sich gar nicht so in der kapuze drin schläft also zugezogen mit so ein guckloch und so das ist oder atemloch das ist für mich einfach nicht so ich habe meistens den kopf sogar draußen und trage lieber eine mütze fließ oder woll ja und habe das einfach so weich unter mir bin so bin ich so gewohnt ich brauche diese freiheit genau das ist dann auch ganz gut weil dann kann man den den kopf die kapuze kann man das ein bisschen zu machen das geht auch ganz gut je nachdem so ja genau so habe ich den getestet also dann hat es mich leicht gefroren bei drei grad 0 bis drei grad komfortzone minus ja jedoch minus fünf komfortzone fünf grad sorry fünf grad und extrem sollen es ja minus elf sein wo man aushalten kann kann man bestimmt ist aber dann kein spaß mehr ist es denn nun ein winterschlafsack oder nicht also eher jein denn es ist ja auch winter wenn es plus fünf grad hat nein also mal im ernst für richtig kalte ecken sagen wir mal schon minus zehn minus fünf grad reichen da schon minus 10 15 grad und weiter würde ich ihnen auf keinen fall empfehlen das geht einfach nicht jetzt ist es aber so dass jeder unterschiedliche kälte empfindung hat oder wärme empfindung das heißt es muss jeder für sich irgendwie selber testen aber generell für leicht verfrorene leute würde ich ihnen auf keinen fall für natur im schneefall oder ja wie gesagt bei minusgraden empfehlen da war es mir selber schon zu frisch und es war ja nicht mal so dass es geregnet hätte oder irgendwie dann geschneit oder eisig war es war ja nicht mal frost wo könnte man ihn jetzt gut einsetzen also frühling auf jeden fall früher herbst auch noch sehr gut vielleicht sogar noch einen späten herbst in kombination mit biwarksack sollte kein problem sein im sommer ist er dann schon zu warm das ist ganz klar ja und im winter wäre er so spannend einzusetzen das was ich wahrscheinlich mache würde ich ihn als inlet verwenden wenn es da mal richtig zapfig wird in verbindung zum anderen schlafsack weil er ja auch geräumig ist das heißt man hat auch schön freiheit und kann sich auch mal drehen der reißverschluss der ist auf der rechten seite das heißt für mich mit dem biwarksack perfekt zum einsteigen und so kann ich das wunderbar kombinieren also als inlet auf jeden fall mit einem anderen schlafsack ja super da würde ich ihn definitiv empfehlen aber darauf verlassen für den winter alleine so wie er ist nicht vielleicht noch ein anderes inlet mit reinnehmen was ihr habt irgendein vlies oder so da weiß ich nicht würde sich vielleicht auch ganz gut schlagen aber wie gesagt rein so vom 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 schlafsack her da wäre mir zu kühl fazit zu dem schlafsack ganz klar minusgrade frostige zeit in den bergen oder sonstiges auf keinen fall im winter alleine so wie er ist mit inlet vielleicht aber als inlet ja auf jeden fall eine gute geschichte aber auch nicht gerade günstig wenn man sagt das wäre nun inlet für den preis ist es dann schon ein wenig zu viel genau aber ansonsten ja flauschiger gemütlicher schlafsack oder vielleicht oben auf der hütte zu verwenden ja aber nicht als als reiner winterschlafsack geht leider nicht in dem fall ja dem test zum teil nur bestanden schade das war's schon von dem video und dann sehen wir uns beim nächsten mal hier auf meinem kanal macht es gut servus ciao zum nächsten malть kann ela ab den